Das letzte Magazin aus Berlin Das letzte Magazin aus Berlin Die Nachrichten Die ganze Berlinale ist ein Skandal. Es ist ein Skandal. Von 440 Filmen gibt es 44 Filme von Frauen. Das sind gerade mal 10 Prozent. Und ein Lesbenfilm. Ich und Frau Berger. Frau Berger und ich. Become a member of your own group. Make yourself a group here in Berlin. Don't call yourself the Gorilla Girls. Call yourself something else. I don't know. The wild women or something. You know what's interesting? Germany doesn't have words for bulldagger, for butch, for dyke. I mean, if you read that section there, all they have is that cross-dressing word. Transvestism. Tutor or something. Tunker? 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 Haben Sie schon mal eine Frau geküsst? Ich tue es täglich. Es macht schlank, hält jung, beugt Kopf- und Gliederschmerzen vor. Und ich kann es auch tun an den ganz besonderen Tagen. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Bitte schön. Haben Sie schon mal eine Frau geküsst? Ja! Tunker? Tunker? Ja! Tunker? 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 Untertitelung des ZDF, 2020